Vor Ihnen steht ein Subaru aus dem Baujahr 2006. Der Antrieb wird von einem Benzinmotor geleistet und einem manuellen Getriebe. Mit diesem Auto sind Sie komfortabel unterwegs, dank Extras wie einem Panoramadach, einer Geschwindigkeitsregelanlage, vorderer Sitzheizung und einer Klimaautomatik. Zur Ausrüstung dieses Autos gehören außerdem Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Wenn Sie möchten, können Sie eine Probefahrt mit diesem Subaru machen. Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinbaren. Das heißt, Sie müssen einen Fall aufbauen. Ich wünsche Ihnen eine Probefahrt mit dem Dachreling. Das ist eine Probefahrt mit dem Dachreling erherr, Das sind Sie die Ereignisse für das Buchstaben. Untertitelung des ZDF, 2020